Was denn? Auf immer, ja fliegt ja ne Fliege vor mir her. Ich bin grad sowas von erschrocken. Oh mein Gott. Wo gehen wir lang? Ah! Scheiße. Ist schon ne Spinde? Ja, ich bin grad erschrocken. Oh, scheiße! Oh. So, ein Herz weniger. Toll. Da muss er wohl direkt um die Ecke gucken und eben abschießen, ne? Oh mein Gott. Weil ich hab wirklich das Gefühl, dass ich hier verreck. Enderman spinn. Ja, ich hab auch das Gefühl, wir verrecken hier. Ja, aber was kann ich denn dafür, wenn die mich einfach hier angreifen? Du musst einfach nur besser aufpassen. So. Jetzt bin ich hier. Enderman kommt da. Oha. Ja, den Enderman, den lassen wir mal Enderman. Was auf um die Ecke? Ja, den Zombie hab ich schon gesehen. Okay. Wenn du den meinst. Ja. Ich muss ja sowas von aufpassen. Da sagst du was. Ich würde jetzt gern von Hunger Games den Kid-Monster haben. Ja, das war praktisch. Ja, also in dem Fall schon. Okay, da geht's weiter nach unten. Ich hab jetzt gern den Kid unsterblich. Da will ich aber nicht hin. Ja, da denke ich will da hin. Ich hab zwar mehr Herzen, aber... Komm mal raus. Unbedingt mich da rein stürzen wollte ich jetzt auch nicht. So. Ich brauch Gold. Wir brauchen... Na gut, du hauptsächlich. Ja. Aber indirekt wir. So, jetzt dort lang. Na hier ist ein Schluch. Das bescheuerte ist ja, ich hatte ja letztens Gold mit und als mein ganzes Items weg worden, war natürlich auch das Gold weg. Und da unten ist Gold. Ja. Schön, schön, schön. Und da oben geht's zu der Riesenhöhle. Also zieh diesen großen Loch da, das, äh, dieses große Ding da. Ach, hier bei unserem Zuhause, weißt du schon. Ohlala. Ei, ist das... Sieht aber irgendwie geil aus. Du hast wohl recht. Hast du irgendwie Koppel, um hier zuzumachen? Ja. Ich hab grad... Wir haben keine ungebetenen Gäste. Aber warte, ich baue grad ein bisschen ab. Und dann kommst du zu bauen. Ich war grad schon ein Weltwunder, dass ich so schnell das, äh, auf Schwert gewechselt habe. Gewährter Freund. Vorhin, als der Zombie angegriffen hat. So, ich mach mir aber schnell ne Eisenrüstung, ne, weil ich möchte ein bisschen besser geschützt sein, bevor ich da runtergehe. Und, ja... Wie viel Eisen haben wir? 23, aber mir fällt gerade auf, wir haben hier ein Crafting Table. Und... Natürlich haben wir ein Crafting Table. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh... Oh, boolala... Scheiße. Das Skelett hat mich total verfehlt. Zum Glück. Oh, ich hab's runter. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm, das ist jetzt auf einmal her. Das muss man jetzt dort auch noch zubauen. Setz, hast du ein Crafting Table? Warte mal. Warte mal. Warte mal hier ne Fackel hin. Von hier kann's schon immer kommen. Ja, hast du ein Crafting Table mit? Nein, das hab ich... Äh, ne, ah, ich hab doch was Holz mit. Also ich kann ein Crafting Table machen. Das ist... Das ist schön. Parakeetetische. Oh, ich bin grad für das Zubis von erschrocken. Ist wirklich, ich lauf jetzt nicht mehr vor. Das... Das solltest du auch nicht. Ja, das steht jetzt fest. So. Scheiße, ich seh grad, ich hätte komm noch... Äh, Hunger. Hungerleiste. Was? Es kommt noch Hungerleiste? Ja, ich hab kaum noch Hungerleiste. Ja, genau. Ich hab noch Hungerleiste. Ich hab noch Essen. So, und das kommt da rein, das da rein, und das kommt da rein. Und natürlich kommt das da rein. Nicht da rein. Höh. So... Langsam Weg nach unten bauen. Du hast die... Ich hab auch einen Spitzarge. Weil die Schöne... Ich geh mal... Ich geh mal vor... Ich geh schon vor. Ich weiss ne, irgendwie... Na, oh Gott. Eigentlich müsstest du wirklich vorgehen. Eigentlich. Eigentlich. Da hätte ich wenigst hier oben wach. da oben Gold ist wie wenn ich jetzt hier aus Versehen abrutsche dann bin ich am Arsch aber so ist nicht nur du am Arsch so und damals nicht viel Gold sehe ich nie aber wenigstens etwas du musst machen lass mich erstmal wieder zurück Thomas 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 ok so hatten wir hier irgendwo Wasser da können wir doch einfach nur Ronner schwimmen wäre doch eine bessere Methode oder ich denke schon ich denke schon und dann hier hol mal Wasser da hinten ist ein Wasserfall kannst du mal hingraben wo ist einer Asomable Action na dort die Richtung her aber lass mich mal hin ich habe auch außerdem kaum Koppel ich kann mich da gar nicht rüber bauen Thomas aber warte ich mach mir einfach Koppel hm würd schon sagen sap 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 so haben wir eine Rüstung hab ich jetzt alles ne ich brauch nur ne Hose ne Hose hier haben wir Eisen ne Eisen super tu gleich rein so so ok jetzt haben wir den ganzen Müll gibst du mir mal das Eisen warte mal ich bin hier gerade an einer kritischen Stelle ja da warte ich hin und da ist ein Eisen runtergefallen traurig ah immer noch zu wenig ich brauch nur ein bisschen für ne Hose achja du brauchst auch noch eine Rüstung achja du brauchst auch noch eine Rüstung achja du brauchst auch noch eine Rüstung na gut ja du kriegst dann auch ne Rüstung ne ja ja Thomas kann warten achja hier ich hab auch noch so zwei Eisenbahnen ne ah schön dass ich das auch mal bekomm tja tja die letzte der es erfährt oooooh ja so Thomas wunderbar bleib mal stehen Freund sagst du da unten hier die Wasserfälle wasserfälle ich hab nur dort ein Zeug wird doch kannst das erst mal anziehen da hast du auch erst mal wieder was um dich warm zu halten der kalten Höhle ooooh ooooh was kalten Höhle ich bin eine Spinne ich muss Leute erschrecken ok irgendwo ist jetzt ja aber egal die soll es nicht stören so Thomas warte mal Rüstungsverbesserung so ein Helm der hat mir gefehlt auch aber sieht ja richtig modisch aus frisch aus Mailand frische Mode guck mal bei mir sieht es irgendwie lustig aus so mit den Silbern und es bleibt so